Andis Anekdotenkalender. Ja hallo, heute am 1. Dezember möchte ich euch natürlich eine Geschichte erzählen von meinem ersten Länderspiel. Habe ja, wie ihr vielleicht wisst, 103 Länderspiele gemacht. Der Toni Polster sagt immer, ja, aber nur drei Gurte von den 103, aber ihr wisst ja selber, dass der genug Blödsinn verzapft. Also das kann man nicht immer ernst nehmen, obwohl er hin und wieder schon einen ganz guten Schmäh hat. Hat ein bisschen was von mir gelernt, aber vollkommen wurscht. Jedenfalls mein erstes Länderspiel war am 6. April 1988. Das war natürlich eine Riesen-Ehre für mich zu der Zeit, aber eine riesengroße Aufregung. War 19 Jahre. Habe erst drei oder vier Bundesligaspiele bei der WN gehabt. Unter dem Ernst Dokopil war so der Shootingstar zu der Zeit und war natürlich extrem erfreut, dass ich da zum ersten Mal von Josef Hickersberger in die Nationalmannschaft eingeladen worden bin. Das Spiel ist schlussendlich dann zwei zu zwei ausgegangen. Ich habe so gespielt, wie man es eigentlich nicht machen sollte. Ja, keinen Fehler machen, aber wenn du keinen Fehler machst, spielst du halt auch nicht gut, weil du nichts riskierst. Aber die Geschichte dahinter eigentlich die lustige ist. Ich habe gehört, dass jeder Deputant beim ORF ein Interview geben muss und ich habe immer versucht, wenn ich bei der Kamera gesehen habe, dass ich mich verstecken kann, weil ich aufgeregt war, nervös war, wollte ich das Interview nicht geben. Und dann sind wir in Athen an den Hafen gefahren, an die Klippen auch. Und dann habe ich schon die Kameras gesehen und bin denen eigentlich auf den Klippen davon geklettert. Habe mein Leben riskiert, dass ich da nicht in die Ägäis reingeflogen bin. Ich hoffe, dass es die Ägäis war es nicht. Entschuldigung, die Geografie war nicht so gut. Fakt war, jedenfalls habe ich mich davon geschlichen und war stolz, dass ich das überwunden habe. Und dann ist das Kamerateam genau vor dem Bus wieder gestanden und hat mich eingesammelt. Und dann habe ich mein erstes Interview gegeben. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich weiß noch, dass ich sehr, sehr nervös war. Und mein Freund, mein Zimmerkollege, der Russkurtl, hat das immer gescheiter gemacht, weil der hat sich noch mehr versteckt. Der war noch nervöser als ich. Hat dann immer gesagt, nein, nein, ich kann jetzt nicht, weil ich habe ein bisschen Bauchweh oder nein, jetzt habe ich Kopfweh, der Steirer Bauer. Und noch eine Anekdote. Bei diesem Länderspiel hat auch der Anton Rambo Pfeffer debütiert. 6. April 1988. Ganz ein wichtiger Tag für den österreichischen Fußball. Pfeffer und Herzog debütieren. Oder auch nicht, wie es ihr so halt sagen wollt. Andis Anekdotenkalender. Jeden Tag eine neue Episode auf meinen Social Media Kanälen.